Fahr weiter, fahr weiter, Laster, ich vertra... Was? Was? Was ist passiert? Ich hab's... Ich hab's geschafft. Die Musik ist nice. Deswegen mach ich das. Das hat keinen anderen Grund. Hey, Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu Cluster Truck. Aufgepasst, nicht Cluster Fuck, sondern Cluster Truck. Soweit ich das gesehen hab, ist das ein Spiel, in dem man über extrem schnell fahrende Laster rennen muss, ohne runterzufallen. Man muss bis ans Ziel kommen, sonst muss man's nochmal machen. Und es gibt verschiedene Fallen und andere Dinge, die sich umbringen wollen. Und man hat auch irgendwie so Superkräfte, die man dann später nutzen kann. Das wird schon seit einer ganzen Zeit auf YouTube gespielt, weil irgendwie alle einen Key gekriegt haben, außer mir. Vielleicht muss man eine gewisse Größe haben. Ich hab keine Ahnung, wie das passiert. Das war mir dann irgendwann auch egal. Weil das gibt's jetzt auf Steam. Da gibt's jetzt eine volle Version von auf Steam. Und weil das Spiel unfassbar lustig aussieht und mich eventuell in den Wahnsinn treiben wird und weil ich mich furchtbar gerne aufrege, spiel ich das jetzt. Wir spielen Cluster Truck. Ich hätte fast gesagt Cluster Fuck. Wir spielen Cluster Truck und zwar in der Kampagne. Custom Maps gibt's auch, aber wir spielen die Kampagne. Welt 1, die Wüste. Level 1. Okay, ich hab das schon mal angespielt. Das ist eigentlich ganz simpel. Man rennt rum, man kann auch sprinten. Oh Mann, ist furchtbar schnell. Man kann springen und sprinten. Und hier sieht's alles noch ganz easy aus, weil die Laster alle in einer Linie fahren und nicht groß umkippen oder sonst wie Unfälle bauen. Aber das wird anscheinend später noch richtig, richtig, richtig schwer und nervig. Level 1 geschafft. Yay, ich hab so viel gemacht. Ich hab geredet und mit rumgestanden. Just Friends. Was? Rang 1. User Lambda in 0 Sekunden? Ich versteh's nicht. Nächstes Level. So, ab hier müsste es schwerer werden, richtig? Ab hier, keine Ahnung. Ich fang einfach mal an zu springen, weil nur rumstellen ist ja auch langweilig. Nee, die fahren immer noch alle in einer Linie. Aber ich kann auch den Zeitrekord schlagen, denn... Oder ich fahre runter und werde von mehreren Lasteren überfahren. Das kann auch sein. Nein, ich will eigentlich den Zeitrekord schlagen, denn es geht auch und unter anderem darum, das möglichst schnell auf die Reihe zu kriegen. Und oh mein Gott ist man... Da siehst du, Unfall. Und oh mein Gott ist man schnell. Ich hab das, ich hab... Yes. Yes, ich hab das. Ich hab das. Final Score Style Points. Man kriegt auch Style Points. Das heißt, wenn man rumstehen geht, also ab und zu, aber... Ist nicht, wenn ich das noch machen soll. Was man machen soll, ist sowas hier. Geile Stunts. Und so, da vorne ist eine Engstelle. Da vorne ist... Okay, 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 okay. Ich bin im Marsch. Da war kein Laster mehr. Das heißt, da vorne ist eine Engstelle. Das Zoll kommt runter. Und die Laster fahren dann irgendwann rein. Da vorne ist ein weiterer Laster. Ich hab... Fuck. Ich kann nicht weit genug springen dafür. Muss ich weiter nach vorne? Geh mal ein bisschen weiter nach vorne Richtung Engstelle. Fuck, fuck. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Was ist denn hier los? Es fährt keiner von denen weiter. Das heißt, ich muss da raus, bevor sich hier der Mega-Stau des Jahrhunderts bildet, weil keiner von denen weiterfahren will. Ich hab das. 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 Dann zu dir. Und ins Ziel. So macht man das. Genauso. Und nicht anders. Und ich hab mir gerade richtig anständig auf die Zunge gebissen. Yes. Level 1, 4. Sieht easy aus. Sie sind einfach nur Dün. Ich sollte eigentlich springen um Zeit... Was ich sagen wollte ist, das sieht ganz easy aus. Sie sind nur Dün. Ich sollte eventuell springen um Zeit und Style. Punkte zu kriegen. Wie weit? Schaff ich zwei Laster rein? Nein, schaff ich nicht. Nein, schaff ich nicht. Ich will es auch gar nicht versuchen. Yay. Final Score. Ich werde nicht so richtig auf Punkte achten. Das ist mir... Ich meine, es ist cool, dass es sowas gibt. Aber aus dem Ninter den Score. Irgendwie nicht mit. Ich bin Rang 24.428. Wow. Also das ist nicht die Punkte. Das ist der Rang. Das sind die Punkte. Und das wird irgendwie nicht eingetragen. Ich will nicht so richtig auf Zeit gehen. Weil, äh... Solange ich es schaffe, habe ich es geschafft. Richtig. Das ist meine Philosophie. Auch in life und general. Solange man es schafft, hat man es... Solange man es schafft, hat man es geschafft. Ganz egal, in welchem Zustand. So. Hier, dann... Du fährst nicht unter mir weg. Habe ich mich klar genug ausgedrückt. Habe ich mich klar genug ausgedrückt. Keiner wagt es unter mir wegzufahren. Ich bin der... Ich bin der LKW-Hopper... Ich bin der LKW-Hopper des Universums. Niemand von euch wird es wagen, von mir davon zu fahren. Unter mir wegzufahren. Die Richtung zu ändern. Ohne, dass ich das wünsche. Ich kriege das hin. Ich habe die Kombos. Vielleicht sollte ich mehr auf die Kurve achten. Es könnte eventuell sein, dass die Laster da in die Richtung wechseln und unter mir wegfahren, weil ich nicht so stark in die Luft korrigieren kann. Ist gebongt, Mr. Lastwagen. So. Wir fahren zwei zusammen. Ich stelle mir gerade vor, das wäre echt. Man fährt so morgens auf der Autobahn. Und dann einfach auf der anderen Straßenseite hat es zig 100 Laster. Und obendrauf springt einer mit Superspeed in der Gegend rum. Das ist dann die ganze Geschichte. Und ich habe es. Yay, das macht Spaß. Das ist super simpel. Die Musik ist aber super geil. Und das macht einfach Spaß. Level 1, 6. Was ist das denn hier? Ich war gerade so, ich war gerade ein bisschen weggeblasen von der Szenerie, dass ich gar nicht gesehen habe, dass die hier in verschiedene Richtungen fahren und absichtlich Unfälle bauen. Die Lasterfahrer hassen... Wirklich? Das sage ich der Gewerkschaft. So kann das nicht sein. Die Gewerkschaft wird davon erfahren. Und die Gewerkschaft wird nicht sonderlich... Oh Gott, nein. Wird nicht sonderlich erfreut sein. Ich habe das, ich habe das. Level 1, 6. Komplett. Yay. Wie viel Score kriege ich? Style Points. Okay, ich bin Rang 19.267. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schwer. Level 1, 7. Äh. Äh. Okay. Okay. So langsam wird es abgefahren. So langsam sieht man, was ich meine. Das wird... Ich meine, zieh dir das rein. Was ist das denn? Okay, ich verstehe schon. Ich muss über das Ding drüber, bevor es zusammenstürzt. Das heißt, ich muss mächtig... Mächtig aufs Gas treten hier. Denn jetzt sollte es gleich runterkommen. Und ich muss da... Fuck. Ich hänge hinten dran. Ich habe es. Ich habe es. Ich bin durchgekommen. Ich bin durchgekommen. So, jetzt kein Risiko. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Was habe ich gerade gehört? Ist irgendwie hinter mir das Ding zusammengestürzt. Könnte sein. Nächstes Level. 1, 8. Wie viele gab es in der Wüste? Ich habe nicht genau draufgeholt. Ich glaube, es waren 10. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh. Okay. Okay. Oh mein Gott. Der Speed. Fuck. Oh, das wäre so schön gewesen, ne? Oh, das wäre so schön gewesen. Ich hatte so einen Lauf. So einen Lauf hatte ich. Da kommen jetzt Laster entgegen. Oh mein Gott. Das ist Michael Bay. Es ist Michael Bay Shit. Und ich habe es. Das ist irgendwie cool. Das ist so super simpel. Das ist einfach nur auf Lastern rumspringen. Aber das macht richtig viel Spaß. Ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht, weil die Musik so geil ist. Auch weil man sich so richtig bouncy und schnell fühlt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich mag spielen, in denen das ist. So, hier. Wirklich, Mr. Laster. Okay, ich muss gearschgeben. Ich habe es verstanden. Ich muss gearschgeben, bevor da vorne ein großes Armageddon, der Lastwagen ist. Habe es verstanden. Und ich wurde überfahren. Nice. Komm schon. 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 Ja. Ja. Jawohl. Jawohl. Hier ist Laster am Adä... Fuck. Ich hatte gerade Flying Truck gekriegt. Was? Weil ich auf einem fliegenden Laster war? Wahrscheinlich. Äh. Fuck. Fuck. Oh mein Gott. Wie habe ich das korrigiert? Oh mein Gott. Wie soll ich das machen? Ein paar fahren weiter. Einer fährt weiter. Ganz links vorne fährt einer weiter. Alle anderen bleiben hängen, überschlagen sich oder machen sonst irgendwas. Fuck. 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 Man kann so schnell sein, wenn man will. Wie mache ich das? Hier. Dann hier. Dann wo ist jetzt das große Lastwagen am Adäufer? Und jetzt auf einmal ist nichts mehr. Oh mein Gott. Was? Hätte ich das nicht echt gesehen, hätte ich noch verloren am Ende. Kannst du sowas nicht machen? Oh nein. Hier kommen die Fallen ins Spiel. Hier kommen die Fallen ins Spiel. Das wird super. Ciao, Mr. Laster. Ja. Warum? Wir wurden nicht mal direkt berührt. Okay. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ich muss vorsichtig sein. Vorsichtig muss ich sein. Fuck. 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 Das hier. Das ist Rush Hour. Das ist wie auf einer deutschen Autobahn frühmorgens. Da sieht es genauso aus. Alle fahren. Keiner guckt. Mann. Ernsthaft? Ich sterbe jetzt nicht mehr, indem ich richtig runter balle, sondern indem ich zwischen Laster stürze. Und dann von Meeren überfahren werde. Das ist... Ha. Fahr weiter. Fahr weiter. Laster. Ich vertra... Was? Was? Was ist passiert? Ich hab's... Ich hab's geschafft. Was ist da passiert? Wurde ich runter geschossen? Und dann kam Laster von hinten und hat mich übernommen. Danke, Mr. Lastwagenfahrer. Ich kenn deinen Namen nicht. Ich nenn dich Manfred. Du hast meinen Arsch gerettet. Ja, ich zahl heute Abend. Ja, die Nummer hab ich dir da gelassen. Okay. Nice. Das war die erste Welt, ne? Das war in der Tat die erste Welt. Nice. Was ist die zweite? Das war jetzt Wüste. Jetzt kommt Wald. Yay. Mal schauen, ob ich hier auch eine Level schaff, aber ich glaube nicht. Play. Level 1. Und die Musik ändert sich sogar. Ding, 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 ding. Oh mein Gott. Nein, das kannst du mir nicht antun. Das war bösartig. Das war eine klassische Jump'n'Run-Falle. Okay, 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 okay. Fuck, fuck, fuck. Was ist passiert? Was? Alle Laster fahren weiter. Fuck, fuck. Wartet auf mich. Fuck, fuck. Nein. Okay, ein paar von denen knallen da hinten in die Kurve rein. Das heißt, ich muss erst hier wechseln, dann nicht runterballern lassen. Dann fahren da rechts ein paar rein. Und jetzt alle, die ganz weit links sind, knallen da hinten in die Kurve. Ey. Warum hupst du, hä? Ich bin tot. Da hupt man nicht mehr. Es ist respektlos. So, hier. Dann. Okay, mein Kopf wurde amputiert. Das ist, was passiert ist, richtig? Das ist, mein Kopf ist straight up nicht mehr an meinem Körper. Das ist, wirklich, jetzt haben wir hier Stau. Was ist das denn? Die fahren mit jedem Mal schlechter, habe ich das Gefühl. Das wird mit jedem Mal schlimmer statt besser. Ey. Okay, ich habe es. Ich habe es. Jetzt fahren da rechts alle in die... Da rein. Dann, äh, dh, 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 dh. Also, man kann nach vorne und hinten korrigieren, aber nicht so richtig nach links und rechts, habe ich das Gefühl. Oder ich mach's nicht recht. Oder ich mach's nicht rechtzeitig. Das könnte genauso gut sein. Okay. Ich muss vorsichtiger sein, glaube ich. Das war ganz... Ich rushe zu sehr. Merke ich. Bei mir selbst. Und so. So, wie mach ich das jetzt am effektivsten? Komm, fahr doch einfach um die Kurve. Was ist daran denn so schwer? Jawohl. So will ich das... Ich wechsle den Laster heute nicht mehr. Das ist mir jetzt egal. Die Zeit... Okay, fuck this. Ich bevor der sich jetzt überschlägt und mich mitnimmt, dann gehe ich rüber. So, die Zeit war mir gerade egal, ob ich hab das jetzt mal. Yay. Und dieser Lemden schafft immer 0 Sekunden. Wie? Ein Score von 0? Ja, das ist sowieso irgendwie buggy, glaube ich. Aber 0 Sekunden? Wie? Makes no sense to me, boys. Makes no fucking sense to me. Okay, wer... Wirklich, wer... Was ist das? Okay, wir haben jetzt eine Kreuzung. Das ist toll. Sie haben gelernt, wie man Kreuzungen baut. Das ist nice. Okay. Jawohl. So sieht ein Übergang aus. So wechselt man die Fahrtrichtung. Die Pfalzenrichtung... Keine Ahnung. Karls... Ich weiß es auch nicht. So, hier. Dann... Ja. Nein! Das wäre so schön gewesen. Das war so perfekt. Der Run war so gut. So gut. Hast du gehört, wie die Stimme kaputt geht? Mann. Mist. Ich krieg das hin. Ich krieg... Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich krieg das... Fuck meh. Sowas kommt dabei raus, wenn man zu viel will. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Mach ich ab jetzt nicht mehr. Und jetzt. Fuck you. Ich wurde noch... Ich wurde noch geschubst. Toll. Äh. Äh. Fuck. Äh. Nein. Ja. Fuck. Meh. Ich hab's... Ich glaube, ich sollte nach links springen, statt nach rechts da vorne. Weil links kann ich auf die entgegenkommende Laster zielen. Anstatt beten zu müssen. Oder ich sollte einfach gar nichts mehr machen. Vielleicht sollte ich meinen Job als Lastwagenhopper auch aufgeben. Mein Hals zumindest geht gerade auf. So, ich hab... Mach, dass es aufhört. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt. Nein. Ja. So. Ich krieg das jetzt hin. Ich krieg das jetzt hin. Danke. Danke. Ich hab das. Ich hab das. Hauptsache, ich hab das. You completed the level. Nee, kein Scheiß. Ich hab schon gedacht, ich hätt's nicht geschafft. Level 2, 3. Okay. Äh. 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 Ach Gott. Äh. Das wird... Was? Was? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Bitte, was ist los? Was? Keine Gravitation. Keine Gravitation for the win. Was ist gerade... Guck dir das an. Was ist das hier? Was sehe ich? Was ist das hier? Was... Nein. Oh, ich will da mit Vollgas durchfingen. Es ist mir jetzt egal, wie lange das dauert. Oh, das wäre so geil. Wenn ich das mit Vollgas schaffe... Oh, das wäre so... Okay, vielleicht schaffe ich es auch gar nicht. Das wäre so geil. Das da vorne mit Vollgas. Ohne zu bremsen. Ohne einmal stehen zu bleiben. Ist ein Träumchen, das wahr wird. Aber so schnell wird das nicht. Aber ich will das hinkriegen. Komm. Komm. Ohne zu bremsen. Ohne anzuhalten. Never stop. Never settle. Never surrender. Never surrender, sage ich. Okay. Es fehlt immer dieser eine Laster, auf dem ich landen kann. Es fehlt immer dieser eine schöne, weiße Laster, was auch immer die transportieren, auf dem ich landen kann. Das ist immer der eine... Oh ja, flieg. 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 Fly me to the moon. Yes. So geht Laster-Plattforming. Wenn sich jemals einer fragt, wie springe ich am effektivsten über Laster, hier ist die Anleitung dazu. You can now afford your first ability. Go to the shop. Also, ich kann meine Ability leisten. Yes. Was habe ich denn alles? Äh, was ist das? Double Jump. Uh. Ach, dafür sind die Style Points. Ich verstehe. Das ist der Double Jump. Air Dash. A quick Air Dash is perfect for closing short gaps. Jetpack. Levitation. Äh, Utility. Was ist hier? Time Slow. Oh, ich kann die Zeit verlangsamen. Portable Truck. Ich kann einen Truck spawnen, um mir den Arsch zu retten, aber es kostet zu viel. Back Truck. Äh. Ah, ja. Was? Back Trucks to the latest truck. You truck, 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 trucks. Ah, ja. Tricks, Truck Salute Zero. Freezes all trucks. Ich glaube, ich nehme mal Double Jump. In jedem Jump and Run ever ist ein Double Jump wichtig, ne? Ich nehme mal Double Jump. So. Style Points. Kann ich, ich kann wahrscheinlich nur eins von denen aktiviert haben, ne? Gleichzeitig, so habe ich das Gefühl. Okay, ist der jetzt aus? Jetzt ist er an. Okay, nice. Äh, Play. Wo war ich? Campaign. Äh, das hatten wir, ne? Zwei, drei hatten wir jetzt. Kommt zwei. Zwei, vier. Du mir sowas doch nicht an. Ach, nö. Äh. Fuck. Okay, cool. Da können wir übereinkommen. Da bin ich tot. Das war, das war ein Missplay. Fuck. Und ich bin nicht gesprungen. Das war ein Missplay. Okay, okay. Okay, nice. Gott macht das süchtig. Ich, 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 ich glaube, ich muss mich in den Bahnen umgegeben. Das ist, äh, gerade nicht schön. Ich, ah, 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 okay. Okay, 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 okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Das war absolut geplant. Von vorne bis hinten. Ich, ich sage, dass es war absolut geplant. Ich sage, das war von Anfang an so gedacht. Und bevor Zweifel aufkommen, gehe ich ins nächste Level. 2, 5. So. Das ist wahrscheinlich auch das letzte für heute. Wir sind nämlich leicht an der Zeit, Lungs und Mädels. So, hier. Dann, oh mein Gott. What the fuck? What? Okay. Au. Das Face, wenn du Doppeljump hast und trotzdem nichts treffen kannst. Nice. Nice. Just Stefan things. Okay. Äh? Dann, du fällst. Keiner von euch fällt runter. Keiner von euch fällt runter. Lass dich nicht zu. Okay. Dann hier. Dann der hier. Fällt nicht runter. Dann der da vorne. Kriege ich mit Doppeljump. Und ins Ziel komme ich auch mit Doppeljump. Yes. Okay. Das hat nicht so viele Anläufe gedauert. Nice. Das ist cool. Das Spiel ist cool. Okay. Das nächste Level wäre jetzt 2, 6. Aber ich gehe ins Haupt... Oh, sogar das Hauptmenü wechselt sich. Das sehe ich jetzt jetzt. Ich gehe ins Hauptmenü und sage, das war es für dieses Mal hier bei Clustertruck. Das ist so lustig. Wie gesagt, das ist so... Ich sage das die ganze Zeit schon. Aber das ist so simpel. Die Idee dahinter ist so simpel. Du springst einfach von Lastern auf andere Laster bis zum Ziel. Du darfst aber nicht runterfallen und von sonst nichts getroffen werden. Du hast aber Abilities wie Doublejumps und nachher noch Jetpacks und Time Freeze und sowas. Und das ist super lustig. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es einfach die Simplizität, falls das ein Wort ist an dem Spiel. Aber das ist so fucking lustig. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr ihrlauben es im Live-Partner auf Small Town und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Von der Justice League wissen wir es ganz gut. So. Was ist hier? Hm? Witz. Toll. Ich habe jetzt einen elektrischen Schlag gekriegt. Danke dir. So, was ist hier hinten? Es fehlt noch eine Notiz. Boys und Girls. Es fehlt uns noch eine Notiz. Und das kannst du sagen. Und hier ist es fehlt uns noch eine Notiz. Und mir liegt Zeug im Weg, dass ich mich anders aufheben kann. Nur mit Gedankenkräften, weil es ja so schwer ist. So, was haben wir hier? Allgemeine Info. Wir haben 16.03 Uhr. Und das Video für heute ist noch nicht geschnitten, noch nicht gerendert und noch nicht hochgeladen. Ich liebe meine Zeitplanung.